Guten Abend, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu dieser neuen Reihe der Landeszentrale für politische Bilder. Ich freue mich sehr, dass diese Reihe zustande kommt. Ich freue mich, dass Sie sich zugeschaltet haben und ich nehme auch an, dass sich noch weitere zuschalten werden. Eine ungewöhnliche Uhrzeit, 18 Uhr bis 18.45 Uhr und wir werden in den nächsten acht Wochen miteinander unterwegs sein. Und ich hoffe, dass Sie genauso viel Freude an dieser Reihe haben wie ich schon bei der Vorbereitung dieser Reihe. Brauchen wir Ketzer? Stimmen gegen die Macht. Wir haben 45 Minuten Zeit und wir springen da jetzt auch voll rein, weil wir die Zeit ausnutzen wollen. Mein Name ist Eva-Maria Zehrer. Ich vertrete die Landeszentrale für politische Bildung. Meine Kollegin Larissa Beidinger sitzt an der Technik. Dankeschön, dass Sie das machen, Frau Beidinger. Das ist sehr beruhigend. Und ganz besonders begrüße ich Marco Martin. Die Reihe heute basiert auf einem Buch von ihm, das noch nicht vorliegt, aber im Druck ist und bald druckfrisch uns erreichen wird und das wir auch zur Buchmesse vorstellen werden. Also das, was Sie hier dann hören und hören werden, das können Sie so auch nicht nachlesen. Sie können sich im Grunde genommen nur die Impulse geben lassen. Und deswegen ist das, was Sie hier hören, eine Perle oder es sind viele Perlen. Und wir bekommen ihren Schliff und ihren Glanz dadurch, dass Marco Martin da ist an all diesen Abenden und Rede und Antwort stehen wird zu den Personen, die wir uns ausgesucht haben, die er uns näher bringen und uns vorstellen will. Herr Martin, ganz herzlich willkommen. Ja, einen schönen guten Abend. Eine kurze Vorstellung. Marco Martin ist Sachse, ist in Burgstädt bei Chemnitz geboren, in der DDR aufgewachsen und hat dann den Kriegsdienst verweigert, vielmehr die NVA-Zeit verweigert. Also Kriegsdienst verweigert hat dann eine Zulassung zum Hochschulstudium gestrichen bekommen und hat daraufhin einen Ausreiseantrag gestellt. Dieser Ausreiseantrag ist irgendwann genehmigt worden. Er ist in die Bundesrepublik gegangen, vielmehr nach West-Berlin und hat dort Politikwissenschaft, Geschichte und Germanistik studiert. Und er ist dann im Laufe der Zeit Schriftsteller geworden und er ist heute tätig für einige große Zeitungen, aber vor allen Dingen auch als freier Autor. Und das, was er vorgelegt hat, das beeindruckt mich aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen, es ist viel. Das heißt aber nicht, dass er ein Vielredner oder Vielschreiber ist. Ganz im Gegenteil, wenn Sie seine Literatur angucken und noch besser, wenn Sie die lesen, dann werden Sie merken, das ist keine Vielschreiberei, sondern das ist Fleiß. Also Marco Martin hat eigentlich so fast die ganze Welt bereist und hat wirklich mit großem Fleiß seine Bücher geschrieben. Es sind zum einen Eindrücke, die er auf seinen Reisen gesammelt hat und Probleme, mit denen er sich da auseinandergesetzt hat. Und es sind zum anderen, es ist verwobenes Wissen, es sind Aneinanderkopplungen von verschiedenen Geschichten, von verschiedenen Ereignissen. Also eine Art von Schriftstellerei, die nicht alltäglich ist, möchte ich mal sagen. Und ich wage mir auch zu sagen, dass die Verlage, die mit ihm arbeiten, eigentlich stolz darauf sein können, einen solchen Autor in ihrem Verlagsprogramm zu haben. Wir haben uns für heute Abend den ersten Protagonisten Stefan Heim herausgesucht. Herr Martin, vielleicht können Sie ja mal ganz am Anfang überhaupt erst mal was zu diesem Buch sagen, das entstehen soll, zu dieser Idee und dann vielleicht auch ganz kurz so ein paar Lebenswege von Stefan Heim skizzieren. Ja, also vielen Dank für die Vorstellung. Ganz kleine Korrektur. Bis zur Studiumzulassung in der DDR habe ich es nicht mal geschafft. Mir wurde sogar das Abitur beziehungsweise dann einen Lehrabschluss verweigert, weil ich die vormilitärische Ausbildung verweigert habe, beziehungsweise dann zuvor kein Mitglied der FDJ war, sodass nach der zehnten Klasse Schluss war, aber das nur nebenbei. Was mich interessiert hat, als ich dann in die Bundesrepublik gekommen bin, sind jene Schriftsteller und Schriftstellerinnen gewesen, die im 20. Jahrhundert gegen eine totalitäre Macht aufbegehrt haben. Und mein erstes Buch, das sich damit beschäftigt hat, ist das 2019 erschienene Dissidentische Denken. Und das jetzige Buch, ich halte mal das Leseexemplar, ganz kurz in die Kamera. Es ist, wie Sie erwähnt haben, dann im Handel ab Ende des Monats. Dieses Buch, Brauchen wir, Kerze, ist sozusagen eine Fortführung dieses Dissidentischen Denkens. Es geht in Porträts um Schriftsteller, fast alles säkulare jüdische Autoren, die vor den Nationalsozialismus fliehen mussten. Viele dann auch in ihrer Gegnerschaft gegenüber dem sowjetischen Totalitarismus. Und diese Biografien haben mich sehr berührt, wobei ich sagen muss, in diesem Buch jetzt ist Stefan Heim der einzige, den ich noch persönlich gekannt habe. Die anderen sind schon Ende der 70er Jahre oder schon vorher verstorben. Aber Stefan Heim habe ich noch bei zwei Treffen kennengelernt. Und wir haben ihn uns heute ausgesucht, so ein bisschen als Hommage an meine sächsische Herkunftsregion. Stefan Heim ist ja 1913 als Helmut Flieg in Chemnitz geboren. Er flog dann von einem Gymnasium in Chemnitz, weil er ein pazifistisches Gedicht geschrieben hat, konnte dann das Gymnasium, das Abitur machen in Berlin. Aber er musste dann bereits 1933 fliehen über Prag, wo er einige Jahre war. Und dann in die USA, wo er schon die ersten Romane geschrieben hat, damals noch, damals bereits auf Englisch. Und dann nach dem Krieg, die 1952, die Übersiedlung in die DDR. Er starb dann im Jahr 2001 am Totenmeer in Israel. Und ich glaube, im Laufe des Abends werden wir auf seine faszinierende Biografie, die auch nicht frei von Widersprüchen ist, dann en detail ein bisschen eingehen können. Sie haben ihn schon angedeutet, Sie sind ihm zweimal begegnet. Das macht neugierig. Wie begegnet man denn einem so namhaften Schriftsteller? Ja, ich habe ihn aus dem Westfernsehen kennengelernt, sozusagen. Er war ja oft dann in Sendungen wie Kennzeichen D oder Report oder Kontraste und sprach dann. Und ich habe ihn besucht, habe mir die Adresse rausgesucht, der stand im Telefonbuch. Ich habe ihn in der Tagore-Straße in Berlin-Grünau und habe ihn besucht, damals 1988. Und habe ihn erzählt von meiner DDR-Geschichte, von meinem frühzeitig staatlich verfügten gestoppt werden in meiner beruflichen Entwicklung. Und Stefan Heim saß in seinem Ohrensessel und sagte, weggehen verändert nichts, junge Mann. Und das fand ich ein bisschen, ja, das fand ich dann doch schon ein bisschen knapp, um es mal freundlich zu sagen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich vielleicht eines seiner Bücher kaufen könnte, die in der DDR verboten waren, nicht erscheinen konnten. Und ich hatte fünf Mark dabei, fünf Westmark von meiner Großmutter. Und da sagte er mir, ja, Fischer-Taschenbücher kosten mehr. So, und das war die erste Begegnung mit Stefan Heim. Wenige Wochen später kam allerdings dann ein Päckchen von ihm. Und zwar mit dem Buch, was in der DDR lange nicht erscheinen konnte, schließlich aber dann doch publiziert wurde, nämlich der Erhassfall. Und in dieser Zeit hatte ich dann im Antiquariat, im damaligen Karl-Marx-Stadt, im Rosenhof schon andere Bücher von Stefan Heim entdeckt, Kreuzfahrer von heute. Und ich habe dann diesen Autor für mich entdeckt und die erste persönliche Erfahrung, die vielleicht ein bisschen enttäuschend war, weggeschoben. Und um es dann beim Geografischen jetzt zu belassen und abzurunden, es gab Ende der 90er Jahre dann nochmal eine Begegnung mit Stefan Heim, er erinnerte sich natürlich an diese Erstbegegnung nicht mehr. Ich habe ihn auch darauf nicht angesprochen, aber wir sprachen dann über seine Exilzeit. Und er erinnerte sich dann auch an die Leute, die mit ihm in diesem amerikanischen Ausbildungscamp Cambridge gewesen waren, um sich vorzubereiten für den Kampf gegen die Nazis. Unter anderem Ernst Kramer, das war einer, Sergeant Ernst Kramer war einer seiner damaligen Mitkämpfe. Und Ernst Kramer war dann in den 50er Jahren natürlich ganz anders politisch unterwegs. Er war dann beim Verlag Axel Springer. Und Stefan Heim sagte, Sie schreiben doch für Springers Welt. Und ich sagte, nein, ich schreibe nicht für Springers Welt, das Besuchsporträt jetzt wird in der Welt erscheinen. Und er sagte, da ist doch dieser Ernst Kramer. Und ich sagte, ja. Er sagte, das ist ein Antikommunist. Ich sagte, ja. Und er sagte, aber wir waren damals zwei junge antifaschistische Juden. Wir haben unser Leben riskiert, damit in Europa etwas besser wird. Sagen Sie immer schöne Grüße. Und als er das sagte, hatte er Tränen in den Augen. Und das sind so Ereignisse oder Erlebnisse, die vergisst man sein ganzes Leben lang nicht. Weil jenseits von persönlichen Eitelkeiten, von politischen Verwerfungen, diese Grundgestimmtheit, nämlich das antinarzistische Engagement, was so stark war, dass es noch Verwerfungen, die später eingetreten sind, nicht an den Rand gedrückt hat, aber nicht absolut hat werden lassen. Das hat mich ungeheuer beeindruckt. Und das ist jetzt in Kürze, in dem Buch gehe ich natürlich ausführlicher darauf ein, so meine persönliche Geschichte mit Stefan Heim, die sich aber natürlich dann geweitet hat in der Lektüre seiner Bücher. Aber man sieht hier schon, wie ambivalent er war und wie zerrissen er irgendwie war, auch in seiner Persönlichkeit offensichtlich, oder sehe ich das falsch? Ja, auf der einen Seite war eine, ich würde sagen, durchaus eitle Selbstgerechtigkeit, die dann auch viele seiner Fernsehstatements oder Pressestatements nach 1989 gekennzeichnet hat, wo er sich auch, ohne zu widersprechen, als Nestor der Revolution darstellen ließ, was er mit Sicherheit nicht war. Und auf der anderen Seite dann diese ungeheure Sensibilität, dieses erzählerische Genie, würde ich sagen, bei Büchern, die, wie zum Beispiel der machtkritische Roman König David Bericht, Weltliteratur sind. Und beides, dass etwas auf sich bezogene, ich würde fast schon sagen, egozentrische im Biografischen. Er war auch in der DDR jetzt nicht unbedingt einer, der jenseits der Unterschrift gegen die Biermann-Ausbürgerung dann wirklich unbekannteren Oppositionellen zur Seite gesprungen wäre, wie Leuten wie Stefan Krafczyk oder Freya Klier oder Jürgen Fuchs. Da gab es von seiner Seite eben nicht diese Solidarisierung. Aber, und dieses Aber würde ich in Majuskeln schreiben wollen, seine Bücher, wo seine Helden oder Anti-Helden oftmals viel ehrlicher sind und klüger als der Autor in manchen Lebenslagen selbst. Und das alles, und das ist auszuhalten. Und ich finde das auch gar nichts Schlimmes oder etwas zu Verbergendes, sondern geradezu Faszinierendes. Mich hat es immer gereizt, Widersprüche darzustellen, ohne das zu glätten, ohne das im Nachhinein wegzuwischen oder gar mit einem moralischen Zeigefinger dann zu kategorisieren, sondern beides nebeneinander zu stellen. In Ihrem Kapitel über Stefan Heimel, Ihrem Buch, ist für mich erkennbar, dass er an mehreren Fronten gekämpft hat. Also Herrschaft und Kampf gegen Herrschaft und beherrscht werden war ja für ihn offenbar immer ein Thema, also ein Lebensthema. Sonst wäre er vielleicht nicht so ambivalent gewesen. Aber es scheint mir, dass er wirklich aufgrund seiner Herkunft und dessen, was er aushalten musste, sich das Herrschaftssystem angeguckt hat und sich dazu geäußert hat und verhalten hat. Er ist ja ins Exil gegangen, er ist ja auch wiedergekommen. Auf der anderen Seite aber auch wirklich seine eigenen Ängste. Und hat sich das, also sehe ich das richtig, und hat sich das in der Zeit vor seinem Exil, während seines Exils und dann auch, als er zurückgekommen ist, verändert? Es wurde etwas ganz Fundamentales, was Sie angesprochen haben, die Ängste. Das ist dann in den späteren Büchern immer weiter thematisiert worden. Die Machtkritik war aber schon ganz früh in einem Buch, das er auf Englisch geschrieben hat, das in den USA dann sofort ein Bestseller wurde, unter dem Originaltitel Hostages, auf Deutsch der Fall Klasenapp. Der spielt im Nazi-okkupierten Prag. Und dann Crusaders, auf Deutsch Kreuzfahrer von heute, der große Wettkriegsroman, wo er beschreibt, wie es zuging in der US Army bei der Landung in der Normandie, bei der Befreiung Frankreichs. Und er beschreibt in einer Weise, die ungeheuer faszinierend ist. Und die zeigt, wie er in den USA auch das angelsächsische Storytelling gelernt hat. Er beschreibt die Kriegsdynamik, den Kampf gegen den Narzissmus, aber auch gleichzeitig die Hierarchie innerhalb der Armee, wo natürlich auch nicht nur Helden da waren, sondern auch Vorgesetzte, die im Fall des Falles keine angenehmen Charaktere waren. Und sein alter Ego, der Protagonist, ist eher ein beobachtender Intellektueller, der natürlich die Uniform trägt, aber gleichzeitig auch observiert und beobachtet, wie es sind Machtstrukturen innerhalb der Armee. Und deshalb ist dieser Roman bis heute, also ich würde sagen, ein hervorragender Roman, um zu verstehen, wie es im Zweiten Weltkrieg zuging. Ich würde ihn jetzt in eine Reihe stellen, mit Herman Wuchs' Feuersturm, mit Verdammt in alle Ewigkeit von James Jones oder Norman Mailers, Die Nackten und die Toten. Und dann kommt der Blick ab den 60er Jahren, wird differenzierter, subtiler, was die Angst betrifft, die Angst um die Eitelkeit der Guten, die mitunter eben auch nur, die mitunter eben auch manchmal nur die vermeintlich Guten sind. Es gibt diesen Roman Uncertain Friend, im englischen Original, auf Deutsch, in der DDR dann auch mit Verzögerung erschienen, La Salle. Er beschreibt Ferdinand La Salle als einen charismatischen Führer der jungen Sozialdemokratie, aber gleichzeitig als einen ziemlich eitlen Womanizer, der über die Arbeiter spricht, aber mit der Arbeiterschaft eigentlich kaum etwas zu tun hat, sondern in seinen Salons und in Betten unterwegs ist und dann aber gleichzeitig dennoch sich aufopfert für die Sache der unterdrückten Arbeiter und in seiner Autobiografie-Nachruf schreibt dann Stefan Heim, dass er den La Salle in seiner Eitelkeit, in seinem Mut und auch in seinen Ängsten auch zum Teil als Selbstporträt konzipiert hat. Und das finde ich wirklich faszinierend, ganz jenseits dieser Kategorie Helden, Antihelden, sondern dieses vermischte Ambivalente und es ist natürlich dann zu großartiger Literatur geworden in Stefan Heims wahrscheinlich besten Roman, dem König David Bericht, wo die biblische Geschichte von König David und Pazseba und Salomo und wir kennen ja all diese Geschichten nochmal machtkritisch ins Erzählerische geweihtet wird. Der Protagonist Edan Ben-Hosaya ist ein Chronist, der am Hofe König Salomos den Auftrag erhält, einen Bericht zu schreiben über Taten und Leben König Davids und man sagt ihm, er soll nicht die Wahrheit verschweigen, weil das würde nur schlafende Hunde wecken, er soll die Wahrheit allerdings etwas dezenter darstellen. Das heißt, er soll auf eine gekonnte Weise verschweigen und das ist jetzt natürlich nicht nur eine Aufforderung für eine bestimmte Schreibästhetik, sondern es geht um Leben und Tod. Dieser Edan Ben-Hosaya erfährt über David, was David auch im Grunde genommen für ein Verbrecher war. Wir kennen das ja aus der biblischen Geschichte, wie er Pazsebas Mann an die Front gestellt hat, wie er geraubt und gemordet hat und der Historiker findet das alles heraus und hat natürlich Angst, wie weit darf er gehen mit dem, was er herausgefunden hat, wie weit muss er der historischen Wahrheit treu bleiben und wie weit muss er auch darauf achten, dass er und seine Familie jetzt nicht einem Mordkommando einheimfallen und das alles geschrieben in einem Deutsch, was der Lutherbibel entlehnt ist. Im englischen Original hat sich Stefan Heim, wie er es selbst dann mal beschrieben hat, von der King James Bibel inspirieren lassen. Und das ist natürlich ein Roman, der heute noch so viel sagt über totalitäre, autoritäre Regime und die Möglichkeit oder vielleicht auch die Unmöglichkeit, denen zu widerstehen. Herr Martin, Sie haben mal vor nicht allzu langer Zeit in einer Tagung über Autobiografie als Quelle und als Zeitzeugenschaft gesagt, die wertvollsten und authentischsten Autobiografien sind diejenigen, in denen der Autobiograf mit sich selbst umgeht und zwar dahingehend, dass er sich in Frage stellt, dass er die Fragen über sich selbst und über das, was er schreibt, auch dem Hörer, Leser oder wer auch immer es ist, stellt, indem er auch seine Zerrissenheit mitteilt. Das sind die Werke, die Bücher, die uns weiterbringen oder die Aussagen, die uns weiterbringen, auch die des Zeitzeugens, weil man hat ja schon oft das Gefühl, dass wenn man eine Autobiografie liest, das geschönt ist oder so, würden Sie die Bücher, wenn das auch nicht reine Autobiografien sind, sondern immer mal da und da was kommt, würden Sie die dahingehend einordnen? Also die autobiografischen Momente, die jetzt sich um Machtkritik drehen in den Büchern, auf jeden Fall Stefan Heims Nachruf, würde ich nicht dazu zählen. Gemessen an anderen autobiografischen Büchern von gebrochenen Jahrhundertbiografien, ich denke jetzt an Mannes Sprecher, Stefan Heims Nachruf auch auf sich selbst, doch Roman wie Mit den Augen der Vernunft, der 1952 erschien und den kommunistischen Putsch 1948 in Prag, ja schon auf eine etwas ungute Weise rechtfertigt oder relativiert, wird in einem sehr milden Licht gesehen. Diese Autobiografie ist, obwohl sie natürlich auch wieder spannend erzählt ist, jetzt nicht unbedingt ein Musterbeispiel intellektueller Selbstprüfung, aber in den Romanen, wo er sich zum Teil kamuflieren kann, kommt diese Melange aus Angst und Widerstehen viel stärker raus. Ich würde auch noch einen Roman dazu nehmen, wie Colleen, der dann im Westen verfilmt wurde nach einem Drehbuch von Heims Freund Klaus Poche mit Kurt Jürgens in einer seiner letzten Rollen. Kurt Jürgens spielt den DDR-Schriftsteller Colleen, der in einem DDR-Regierungskrankenhaus nach einem Herzinfarkt liegt und neben ihm im Zimmer liegt der Stasi-Chef und die beiden kennen sich und die beiden ringen miteinander in Gesprächen, wer hat jetzt sozusagen den längeren Atem, um zu beschreiben, wie es wirklich war. Der Schriftsteller Colleen stirbt und der Stasi-Chef überlebt, aber das Manuskript des Schriftstellers Colleen wird aufbewahrt und dieses Sieg der Literatur auch gegenüber den eigenen Ängsten ist in einer Weise beschrieben, die uns heute noch so an Herz und Hirn greift, dass ich glaube, dass Stefan Heim in seinen fiktionalen Romanen, wie das oft ist, viel ehrlicher sein konnte, als dann in Büchern, wo er sich selbst autobiografisch sieht und ja dann vielleicht ein bisschen allzu Formidables sieht. Musste Ihre Einschätzung nach Stefan Heim Schriftsteller sein, um seine Machtkritik anzubringen? Wäre das für ihn die einzige Möglichkeit gewesen von seiner Lebenseinstellung her, von seinem Temperament her, von seinem Ausdruckswunsch, Ausdrucksvermögen her? Ist die Schriftstellerie für ihn nach Ihrer Einschätzung die einzige Möglichkeit gewesen, sich zu Herrschaftssystemängsten was auch immer ketzerhaft, aber gern mal ketzerhaft zu äußern? Ja, auf jeden Fall, wobei natürlich hinzukommt, man wird ja nicht Schriftsteller, weil man irgendein Thema bearbeiten will. Man wird Schriftsteller, weil man die Lust hat am Geschichten finden, am Geschichten erfinden und ich glaube, Menschen, die Schriftsteller geworden sind, nur um etwas, nur um eine Meinung oder eine Position zu vertreten, die konnten auch als Schriftsteller nicht wirklich überzeugen. Stefan Heim war natürlich ein Vollbluterzähler mit einer großen Lust an verschiedenen Tonlagen. Wir erinnern uns an ein Buch, was dann letztendlich doch in der DDR erscheinen konnte, nämlich die Schmähschrift, die im 18., im frühen 18. Jahrhundert in London spielt, wo Daniel Defoe gegen die englische Zensur ankämpft, im Übrigen auch ankämpfen konnte, weil es im frühen 18. Jahrhundert in England dann immer noch liberaler zuging als in der DDR der 60er und 70er Jahre. Das heißt, Stefan Heims genuine Lust am Erzählen war immer da, dass ihn natürlich dann das Thema der Machtkritik und des machtkritischen Intellektuellen immer wieder bewegt hat, zeigt natürlich, wie ihn dieses Thema umgetrieben hat, auch in der DDR, nach der Frage, wie es Wolf Biermann mal so schön formuliert hat, wie weit kann man zu weit gehen? Und ich glaube, hätte Stefan Heim diese Reibungsfläche, in der DDR nicht gehabt, hätte er vielleicht auch nicht diese Bücher schreiben können. Ich könnte ihn mir jetzt wirklich nicht vorstellen, als einen Autor, der in der Bundesrepublik mit derselben Intensität hätte schreiben können. Können Sie vielleicht noch so ein bisschen einschätzen, erzählen, die Zeit nach seiner Rückkehr aus seinem Exil, wie er sich da entwickelt hat und wie er, ob sich sein Denken entwickelt hat, wie er sich als Person entwickelt, war das für ihn schon dann irgendwie ein zu spät von irgendwas oder? Ja, das ist eine hochinteressante Frage. Es gibt nämlich noch einen Exilroman, der jetzt erst vor zwei Jahren in deutscher Übersetzung erschienen ist, auf Smiling Peace im Original, Flammen der Frieden. Es spielt im befreiten Nordfrankreich, wo die deutschen Truppen Schiefranzosen kollaborierend abwarten, wie es denn jetzt mit den neuen amerikanischen Truppen weitergeht und die Deutschen dann aber immer noch präsent sind und Attacken wagen und es gibt im Grunde so einen immer wiederkehrenden Konflikt oder ein Aufeinandertreffen zwischen einem gebildeten Nazi-Offizier und einem deutschen Juden in der Uniform der amerikanischen Armee. Es ist der Konflikt zwischen einem Nihilismus, der sich auf Nietzsche bezieht, natürlich dann auch Nietzsche missversteht oder missverstehen will und einem demokratischen Idealismus und es ist unglaublich intensiv und dann fragt man sich, dieser Stefan Heim, der 1944 so einen Roman geschrieben hat, schreiben konnte, da war Anfang 30, wie konnte er dann in die DDR kommen und dann in Artikeln in der Berliner Zeitung, in Büchern, die so grässliche Titel trugen, wie Wer hat Angst vor Russlands Bären, die Existenz russischer Straflager leugnen und ein regimetreuer Autor sein, in den Jahren der Ulbricht-Zeit. Da fragt man sich, wie konnte das dann gehen? Und er hat sich das vielleicht auch gefragt und wuchs dann aus dieser Devotheit heraus in den 60er Jahren. Es begann eine vorsichtige Freundschaft mit Robert Hafermann, die Stefan Heim dann allerdings auch sehr schnell wieder aufkündigte, als Robert Hafermann in große Probleme geriet und Stefan Heim Angst bekam. Das heißt, ein Auf und Ab und dann kamen eben diese Bücher Lasalle König David Bericht die Schmähschrift und danach dann Erhasse, wo er zu einer erzählerischen Souveränität und zu einem erzählerischen Mut wiederfindet, der schon in den Exilromanen ganz früh angelegt ist. Und was ihn in den 50er Jahren dazu gebracht hat, dieser bigotten Ulbricht-DDR für eine Weile treu zu sein, bleibt ein Rätsel. Da kann man natürlich sagen, gut, er hatte enttäuschende Erfahrungen mit der McCarthy- USA, der Nachkriegszeit und die Bundesrepublik jener Zeit war für ihn als damals überzeugten Kommunisten keine Alternative, aber trotzdem, diese DDR jener Zeit, es bleibt ein Rätsel und ich muss auch sagen, sein immer als Geheimtipp gelabelter Roman fünf Tage im Juni zum Aufstand am 17. Juni 53, bleibt dann auch relativ unentschlossen, er war vielleicht wichtig in einer Zeit, die der vollständigen Lüge verpflichtet gewesen ist, sodass er zumindest dagegen partiell anschreiben konnte, aber ich muss es nochmal wiederholen, die großen Romane sind die, die jetzt mit der DDR vielleicht gar nicht so konkret etwas zu tun haben, aber dieses auch DDR Thema, das Widerstehen und Widerstehen Wollens und dann vielleicht auch nicht Widerstehen Könnens universell weiten, ob das jetzt im London des 18. Jahrhunderts ist oder in der biblischen Zeit der Könige Salomo und Wir haben jetzt gerade einen kleinen technischen Hänger drin, ich zumindest, wir sehen das jetzt alles ein bisschen eingefroren, aber er ist eben nicht allein bei dieser DDR Erfahrung stehen geblieben und das ist etwas ganz Wichtiges und aus diesem Grund ist er auch heute und zwar in Ost und West ein Autor, der auf jeden Fall zu entdecken wäre und jetzt nicht nur zu entdecken im Sinne eines das sind wir ihm schuldig aufgrund dieser Biografie sondern nein in der Freude an diesen Romanen von denen ich sagen muss die sind verdammt gut geschrieben Also nicht so das Leerstück mit erhobenen Zeigefinger sondern der Zugang über dieses Anlocken über Sprache über Kompetenz über Ausstrahlung Ja die ich erwähnt habe haben überhaupt nichts didaktisches sie lassen sich auf verschiedene Weise lesen sie lassen sich auch als Page Turner lesen als ich würde mal sagen diese Bezeichnung syphig geschrieben hat im Deutschen immer einen etwas negativen Beiklang weil in Deutschland ist immer noch irgendwie die Vorstellung da der Autor muss leiden wenn er schreibt und die Leser müssen eigentlich auch leiden wenn sie lesen und Lesefreude ist eigentlich nur was was der Unterhaltungsliteratur angemessen ist aber dem ist es nicht so es gibt natürlich auch Romane der der Spitzenklasse die gleichzeitig unterhaltend sind indem sie uns reinziehen in diese Geschichte indem sie uns rein saugen in Landschaften in abenteuerliche Verhältnisse und natürlich in die Abenteuerlichkeit der Herzen und indem das Stefan Heims Protagonisten so zerrissen sind so mit sich ringen sind sie hochmoderne Gestalten Wir machen jetzt mal einen kurzen Blick in eine Zauberkugel Herr Martin wenn Sie jetzt mal reingucken würden mal für uns stellvertretend und würden Stefan Heim sehen jetzt heute wie könnte er sein oder wahrgenommen werden als jemand der isoliert ist als Rufer in der Wüste als ganz stiller resignierter als gefeierter Starr was würden Sie meinen der Gegenwart vergessen Sie meinen jetzt das in Bezug auf Stefan Heim Ja wenn er heute noch leben würde Ich muss sagen wenn ich mir die publizistischen Äußerungen von Stefan Heim nach 89 anschaue wo da Zwischentöne eben kaum da waren sondern schon ein sehr oft selbstgerechter Altersstarr sind da war es gibt dann auch ein Interview mit Fritz Radatz wo Fritz Radatz dann nochmal nachfragt wie lange Stefan Heim eben diese sogenannten Utopie anheimfallen konnte während andere seiner Erfahrungshorizonts und seiner Generation doch ebenso antifaschistisch waren aber dann natürlich auch klar gegenüber der kommunistischen Diktatur und Stefan Heim dann wirklich sagte ich kann doch nicht mein ganzes Leben wegwerfen was verständlich ist aber für einen intellektuellen als Resümee dann vielleicht auch ein bisschen unbefriedigend ich glaube was publizistische Einsprüche betrifft wäre das alles im Bereich des erwarteten oder widerspruchsfreien verlaufen man kann natürlich dann und es ist dann wirklich der Bereich des unzulässig spekulativen nicht sagen was hätte er heute noch für Bücher geschrieben ist ja gar nicht notwendig die Bücher die er geschrieben hat die reichen ja schon was mich allerdings wirklich sehr gefreut hat am Ende seines Lebens gibt es zwei Erzählbände kurze Geschichten das heißt der eine heißt immer sind die Weiber weg und der andere heißt immer sind die Männer schuld und da schreibt er in einer sich anverwandelnden jüdischen Diktion über sich als den Alten der jetzt langsam schon ein bisschen Gaga wird dem man in Jerusalem also einen Preis bekommt seine Tasche klaut zum Glück ist seine Frau immer da die den alten Zausel dann auf den Weg bringt und der alte Zausel wie er sich dann selbst beschreibt wundert sich dass es plötzlich Karten gibt die man in einen Automaten schieben muss um Geld zu bekommen mit einer PIN-Nummer und er sagt PIN das war doch für uns damals in der US Army das Girl das Pin Up Girl was im Inneren des Spindes uns verlockend anschaute und jetzt ist PIN so eine Zahlenkombination und diese Geschichten sind so frei von Didaktik und so frei von Belehrenden und von Prätentiösen und gleichzeitig natürlich eine Liebeserklärung an seine Frau Inge Stefan Heim hatte ja zweimal in seinem Leben ungeheures Glück seine erste Frau Gertrude die dann nach 1968 an Krebs starb war für ihn eine große Liebe und dann hatte er das Glück nochmal eine Lebensliebe zu finden nämlich Ingeheim die heute noch lebt und diese Passagen da muss ich ganz kurz nochmal zurückgehen diese Passagen wo er an seine zwei Ehefrauen erinnert sind die Passagen die mir in seiner Autobiografie Nachruf am besten gefallen haben und am Ende seines Lebens dann nochmal diese Geschichten wo er als der alte vergessliche oftmals mürrische unterwegs ist und Frau Inge regelt das dann für ihn und sagt auch er soll dann nicht kleckern und soll nicht immer rumschimpfen und so wie er das beschreibt in diesem in dieser jüdischen Diktion ist wunderschön und es versöhnt dann auch mit manchen was einem vielleicht dann beim Stefan Heim der nach 89er Jahre etwas irritiert hat Sie haben ja auch ein paar Sätze daraus verwoben in Ihrem Beitrag über Stefan Heim der dann in dem Buch zu finden ist ebenso wie aus dem König-David-Bericht haben Sie mit eingebaut so ein bisschen darauf hingewiesen auf diese Selbstironie eines durchaus in diesem Moment nicht Gaga seienden Autors denn er hat das nicht beschrieben sondern der Blick den er von außen versucht auf sich zu richten der ihn dann wirklich mit uns irgendwie ein bisschen versöhnt auf jeden Fall Herr Martin Sie sind jetzt selber ein gestandener Schriftsteller Sie haben sich Sie haben viele Reiseberichte geschrieben Sie haben viel über Diktaturen und Menschenrechte geschrieben Sie haben viel über disidentisches Denken geschrieben eines Ihrer Bücher werden schon gesagt das heißt auch so Sie haben ein Buch geschrieben in jüngerer Zeit die verdrängte Zeit in der Sie den gesamten Kulturbetrieb der DDR ineinander verwoben darstellen mit einer mit einer Kompetenz also das ist unglaublich Sie haben im vergangenen Jahr ich glaube es war im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben mit dem Titel Die letzten Tage von Hongkong Sie waren also bei der letzten halbwegs freien Demonstration dort selbst anwesend haben das miterlebt haben eine Reportage darüber geschrieben und jetzt kommt dieses Buch Sie sind renommiert Sie sind gestanden wenn Sie jetzt nach so vielen Jahren wieder dorthin gehen könnten er würde noch leben Sie würden also ein drittes Mal ihn treffen was würden Sie ihn ganz dringend fragen wollen ich weiß gar nicht ob ich ihn etwas fragen würde ich würde ihn in aller in aller Bescheidenheit vielleicht ein paar meiner Erzählbände mitbringen die in Lateinamerika die in Israel spielen also nicht Reiseberichte sondern Erzählungen die jetzt auch nicht nur von politischen sondern auch von erotischen Abenteuern handeln ich würde das mitbringen und würde ihn eigentlich gar nicht zur Zeitgeschichte fragen sondern würde ihn nochmal ausfragen zu den Gestalten seiner Romane die dann einem dann vielleicht doch sogar näher sind als der Auto in Fleisch und Blut auch sowas gibt es Jetzt kommt die letzte Frage den Blick auf die Uhr wir wollen Sie an die 45 Minuten halten damit unsere Zuhörer auch das nächste Mal wieder einschalten und wissen es ist nach 45 Minuten wirklich zu Ende brauchen wir Ketzer Stimmen gegen die Macht wir haben heute Abend behauptet wir brauchen Stefan Heim als Ketzer als Stimme gegen die Macht sonst hätten wir ja nicht über ihn gesprochen sonst hätten Sie ihn ja an dieses Buch nicht aufgenommen die Frage ganz kurz also eine kurze Antwort warum Stefan Heim warum brauchen wir ihn was gibt er uns für heute mit er gibt uns für heute mit in seinen Romanen ein Ambivalenzbewusstsein das heißt das Bewusstsein das gegen die Lügen einer autoritären Macht Widerstand möglich ist und nötig ist und gleichzeitig die die widerstehen auch keine Ritter ohne Fehl und Tadel sein können ich muss aber nochmal darauf darauf hinweisen dass diese Machtkritik jetzt sich natürlich auf Diktaturen bezieht auf unkontrollierte Macht wir haben das ja auch heute in Deutschland dass sich viele als Dissidenten ergeben nur weil sie keine Covid-Masken tragen möchten oder dann gegen die da oben oder die Macht das ist natürlich eine lächerliche Travestie in einer Demokratie ist Macht zeitlich begrenzt es gibt Oppositionsparteien es gibt Medien es gibt alle möglichen Formen Macht zu kontrollieren sodass man in einer Demokratie ja keine Machtkritik äußern muss sondern man kann sich einbringen mit der oder jenigen politischen Position aber wir sehen natürlich dass in Diktaturen und auch in autoritärer werdenden Ländern wie zum Beispiel dem gegenwärtigen Polen oder wie Ungarn jetzt gar nicht zu reden vom Putin-System sondern auch von Ländern wo die Demokratie schon installiert zu sein schien wie eben Polen und Ungarn die Macht dazu neigt sich unkontrollierbar zu machen und dann es wieder nötig ist Gegenstimmen zu finden und eine diese und diese Gegenstimmen finden sich eben auch in den Romanen von Stefan Heim und deshalb haben wir ihn heute als ersten der Reihe gewählt ich möchte vielleicht ganz kurz nochmal was zu dem Buchtitel sagen brauchen wir Ketzer das ist eine ein Zitat aus einer Rede die ein Generationsgenosse von Stefan Heim gehalten hat Fritz Bär 1911 in Brünnen geboren in den 30er Jahren überzeugter Kommunist in der Tschechoslowakei der sich dann entfernt hat vom Kommunismus in der tschechoslowakischen Auslandsarmee gegen Hitler gekämpft hat und dann im englischen Exil geblieben ist und dann hochbetagt 2006 gestorben ist Fritz Bär fragte noch in den 90er Jahren seine deutschen Kollegen brauchen wir Ketzer brauchen wir Leute die auch gegen das eigene Referenzsystem denken können aber ich möchte hier nicht vorgreifen denn Fritz Bär wird das Thema eines unserer nicht 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 nächste Woche sondern eines der nächsten Abende in unserer kleinen Reihe sein wo dann die Frage brauchen wir Ketzer nochmal auf eine ganz andere Weise beantwortet wird ja nächste Woche sprechen wir über eine große Dame eine große alte Dame Anna Segers trotz fortgeschrittener Parteigläubigkeit welche Neugier auf die Welt es gibt in der nächsten Woche eine Ausnahme wir treffen uns schon am Dienstag um die gleiche Zeit Dienstag 18 Uhr dann aber immer Mittwochs nächste Woche müssen wir es auf Dienstag vorverlegen mit unserem Mailing das wir wieder rausschicken steht das auch drin also bitte für nächste Woche in den Kalender schreiben Dienstag 18 Uhr wir würden uns sehr freuen wenn sie wieder dabei wären ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei Herrn Martin dafür dass er heute Abend da war uns auf diese lebendige Art und Weise Stefan Heim auch wieder ein Stückchen näher gebracht hat und vor allen Dingen erzählt hat weshalb es wichtig ist zu widerstehen und weshalb man auch widerstehen kann wenn man kein Ritter ohne Fehl und Tadel ist und wer ist da schon ganz herzlichen Dank Herr Martin ganz herzlichen Dank Frau Beilinger und herzlichen Dank allen die zugehört haben bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen Auf Wiedersehen ich danke auch allen und auch allen die zugehört haben bis nächste Woche mit bis zum nächsten wärmt consens